Musik Sie sehen, das ist die Ukraine, um diese Marsch der faschistischen Lwów, das 18.09.2014 gewesen war. Sie skandieren im Sprechrohr, Helden den Ruhm, Ruhm der Nazion und Tod den Feinden. Auch den Fahnen, die sie tragen, ist faschistische Symbolik des Britenreiches deutlich sichtbar. Die faschistischen Fahnen und die ukrainischen Fahnen, nebenan. Auch Transparenz, die sie tragen, auch faschistische Symbolik, die sogar in Deutschland untersagt ist. Und die aufschrift. Die Ideen des Nazismus sind unsere Ideen. Schaue die ganze Europa und sag uns nicht, dass du das nicht gesehen hast. Sag uns nicht, dass es in der Ukraine keinen Faschismus gibt. Schauen Sie mal, Faschismus steht an der Tür der Europas. Sagen Sie später dem Volk nicht, dass sie das nicht gewusst und nicht gesehen haben. Schauen Sie später dem Volk nicht, dass sie das nicht gewusst und nicht gesehen haben. Schauen Sie später dem Volk nicht, dass sie das nicht gewusst und nicht gesehen haben. Schauen Sie später dem Volk nicht, dass sie das nicht gewusst und nicht gesehen haben. Schauen Sie später dem Volk nicht, dass sie das nicht gewusst und nicht wiederholenen können.